Hallöchen und willkommen zurück hier in Sinmai Shuno bei unserer wundervollen Familie Palm-London. Liebe Leute, es waren bisher wirklich echt so aufregende Parts. Ich bin so unfassbar gespannt, wie es momentan weitergeht. Im letzten Part ist unsere süße Valerie jetzt zum Kind geworden und das heißt, wir werden sie in dieser Folge auch auf jeden Fall natürlich noch umstylen, weil wir hüpfen direkt rein. So kann das ja hier nicht bleiben. Also es ist zwar wildes Outfit, aber ich weiß es nicht. Also so ist das hier auf jeden Fall nix, würde ich behaupten. Aber wir machen das jetzt nicht direkt zu Beginn. Ich will euch nicht direkt zu Anfang mit einem Zeitraffer nerven. Wir starten erstmal ein bisschen rein. Wir werden das ertragen. Es ist Samstag, drei Uhr morgens. Kein Wunder, dass du crasht, liebes Kind. Ah, ich habe noch kein Bett hier hingestellt. Okay, sorry, sorry. Okay, wir gehen direkt erstmal in den Baum-Modus. Willkommen in meinem Sims-Let's Play. Chaos as usual. Wir suchen erstmal ein Kinderbett. Dinge, die Sarah dann natürlich auch einfach immer vergisst, ne? Das ist ja typisch. Ist ja typisch. So, Fabio, einmal bitte das Bett unter Poppes weg. Ich danke dir. Sehr schön. Alright, jetzt gucken wir, dass da ein Kinderbett reinpasst. Hoffentlich. So, Kinderbetten. Ah, die wird denn hier feines. Ach, die hier finde ich ja immer so toll, ne? Aber ich muss auch sagen, ich mag hier die vom Eco-Living, also vom und so weiter Pack. Ihr wisst Bescheid. Nachhaltig leben. Mag ich auch sehr gerne. Aber ich gebe erstmal BB Move-Op-Bedrack. Ah, Dags. Online. Oh Gott. Oh, Leute, Leute. Okay, wir werden aber jetzt gerade erstmal kurz ein passendes Bett organisieren. Ne, das ist ein Kinderbett. Das ist... Das ist aber eine süße Matratze. Ach, das ist von dem Hinterlands. Hinterlands. Ah, ich weiß es nicht. Oder so. Das ist nicht so einfach. Uh, oder wir holen ihr schon ein Hochbett mit einem Schreibtisch. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Also, ähm... Klein, äh, äh, hier, äh, ne? Marcelo. Kurze Namensfindungsstörung hier. Ähm. Welches nehmen wir denn? Ne, das da ist auf jeden Fall zu fett. Wir brauchen das da. Zabam. Steht mitten im Raum. Hat Sarah wieder super gemacht. Leute, Leute. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. What's wrong with you? Ah. Okay, ich kann immer ein bisschen auf Seite gehen. Das stört mich alles. Ich komme hier nicht richtig ran. Okay, egal. Ähm. Steht das jetzt falsch? Ah, die Leiter ist auf der Seite, ne? Oh. Oh. Die Leiter ist auf der falschen Seite. Oh mein Gott. Wieso ist denn die Leiter auf der... Da wäre so ein Schrank unten drunter. Hat natürlich auch was. Dann könnten wir den Schrank da drüben wegtun. Und da... Da noch Schreibtisch drunter packen. Oh Leute, jetzt weiß ich es wieder nicht. Und da ist gar nichts drunter. Und was ist, wenn wir doch den machen? Ach, wir machen doch den. Weil da ist nämlich die Leiter auf der richtigen Seite. Ach, Dinge in meinem Leben. Dinge in meinem Leben. Die einfach viel zu kompliziert sind. Und stell bitte das Bett ganz an die Wand. Dankeschön. Dann müssen wir das Regal natürlich auch noch wieder hochhängen. So, ich hoffe, dass Marcelo jetzt gleich auch noch an sein Bett rankommt. Aber ich glaube, das müsste gehen. Lass mal gerade hier gucken. Was gibt es hier für Swatches? Ja. Gelb ist auch süß. Ich glaube, ich finde Gelb irgendwie süß. Ja, 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 ja. Wir lassen das mal so. Dann kann dieser Schaukelstuhl wieder hier so ein bisschen hin. Ähm. Bläh. So. Ja, super. Ist doch ein Traum hier. Den schiebe ich auch noch mal ein bisschen dahin. Ähm. Ja. Müsste gehen. Okay. Perfekt. Alright. Liebste Valerie. Kommen Sie hier. Bett. Nee, nicht dem Butler zuweisen. Ich wollte das dir zuweisen. So. Für Valerie, please. Gehen Sie ins Bett. Und der Kleine hier, der geht bitte auch schnurstracks schlafen. Äh. Fabio kann ja vielleicht hier. Kann er hier noch irgendwas, kann er, kann er noch irgendwas zudecken? Kann er das Kind auch zudecken? Nee, kann es nur aufwecken. Das machen wir nicht. So. Und dann geht er bitte ebenfalls schlafen. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Supi. Wir haben es geschafft, Leute. Es schlafen wieder alle. So. Ähm. Ich nehme natürlich diesen Part schon wieder auf, bevor ich den letzten online habe. Aber das sollte, ähm, nicht schlimm sein. Vergiss also dein Kostüm und deine Schminke nicht. Ja, ja. Ja, ja. Äh. Äh. Ist okay. Gucken wir mal, ne? Spiel. Gucken wir mal. So. Haben wir jetzt eigentlich noch einen Job anstehen? Oder wie schaut das aus? Ja, haben wir. Und zwar am Montag, also in zwei Sim-Tagen. Also eigentlich nur noch einer, weil es ist ja jetzt gleich schon... Nee, es ist Samstag. Es ist noch nicht Sonntag. Ähm. Genau, das heißt am Montag um neun Gitarrenfähigkeit erhöhen. Haben wir überhaupt eine Gitarre? Besitzen wir so etwas? Ja, besitzen wir. Hervorragend. Und die Katze hat ganz viele Wollknäuel überall hingetan. Ist ja ein Traum, ne? Aber ich glaube, die Butlerin klärt schon. Sehr gut. Okay. Jo geht es ansonsten echt hervorragend. Die wird gleich als allererste wach sein. Können wir hier bitte... Ich weiß, diese automatischen Lichter ersparen einem nicht so viel Kohle oder so. Aber mich nervt das, wenn die Lichter an sind, wenn die schlafen. Weil das macht ja kein normaler Mensch, gell? Was hast du, Kind? Oh Gott, was hast du nur? Gehen sie auf Toilette? Please? Die Kitty hat auch Hunger oder was? Ist es doch Futter da? Ei, braucht Liebe. Sie braucht Liebe oder will Liebe. Man weiß es nicht, man munkelt. Danach kannst du mal bitte Frühstück machen. Oh, oh, oh. Oh, 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 entschuldigen Sie bitte. Ähm. Tortillas zum Frühstück geht, ne? Oh, keine Ahnung, Leute. Äh, italienische Fleischmädchen. Oh, lecker. Ähm. Wow, ist wieder so kreativ alles. Ich glaube, Pfannkuchen nicht ist, ne? Partygröße. Hervorragend. Ähm, genau. Also das heißt, wir müssen die Gitarrenfähigkeit auf jeden Fall... Oh, Marcelo hat auch bald Geburtstag. Haben wir jetzt alle auf einmal Geburtstag? Lass mich mal gucken. Wann hat denn der? Äh, wann hat denn der? Wo ist denn der Geburtstag? Ah, Tatsache. Der hat am Sonntag Geburtstag. Aber da ist auch Jugendfest in, ähm, Mount Comoraby heißt die. Heißt die. Ja, 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 ja. Mount Comoraby. Ey, wisst ihr was? Wir machen folgendes. Ja, wir machen folgendes. Und zwar werden wir, ähm, das so machen, dass wir den Geburtstag von Marcelo auf dem Jugendfest feiern. Das heißt, ich packe uns später einen Kuchen ein. Dann laden wir auch Alaska und Gwen ein. Nee, Gina, nicht Gwen. Falsches Let's Play-Sache. Und dann können wir nämlich Gina auch schon zum Kind machen. Dann haben die einfach gleichzeitig Geburtstag. Ist ja egal. Weil die muss ja mit altern. Und hier hat schon Valerie wieder Geburtstag und würde zum Teen. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir machen sie nach Weihnachten, was dann in ein oder zwei Parts wahrscheinlich ist, zum Pre-Teen. That's the Speed we like to see hier in diesem Let's Play. Es gefällt mir sehr. So, hier ist noch ein bisschen Torte über. Was ist das dann noch? Kann ich schon wieder, kann ich noch aus? Sie wünscht ihr, Leute? Ich muss die Headline-Effekte wieder anmachen. Ich habe noch sicherlich Thumbnail aufgenommen. Nee, umgekehrt. Ich habe vergessen, das wieder reinzuballern. Ja, kann, 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 kann. Das haben wir danach aufräumen. Zucker, Fryer, Carob, Kokos, Kuchen. Nice one. Ich liebe es. Okay, wenn die Kids gleich wach sind. Boah, ich bin dann froh, wenn Marcelo dann auch schon zum Kind wurde. Wir müssen hier dann das Zimmer noch ready machen. Aber, Leute, Leute, Leute. Wenn ihr das hier seht, das Let's Play, dann hatte ich, wenn alles geklappt hat mit meinen Plänen, ansonsten steigt es einfach raus, hatte ich meinen ersten Stream tatsächlich gestern Abend auf Twitch. Und da werden wir dann solche Dinge in Zukunft machen. Ja, wir werden dann solche Dinge da in Zukunft einfach tun. Okay, Kind. Take something from the pancakes, bitte. Wunderbar, du bitte einfach auch, weil Kinder sonst immer irgendwie einfach nur garstig werden. Fabio geht schnell pieseln und danach kann er sich auch ein Gericht nehmen. Sehr schön, die Katzenhaare kommen weg. Perfekt, perfekt, perfekt. Marcelo, wie wärs, stehst du auf, Boy? Der braucht eigentlich noch ein bisschen schlafen, aber wir haben schon 10 Uhr. Komm, steh auf, komm, steh auf. Wir haben hier voll das Chaos. Okay, der muss gleich gebadet werden, aber das kriegen wir dann hin. Er muss jetzt erst mal essen, weil sonst wird er gleich noch garstiger. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ausgezeichnete Qualität. Die ist aber auch inzwischen echte Vollblut-Mudi geworden, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. So, Fabio, wie wärs? Du kannst doch mal nach der Schule fragen. Stichwort, Valerie, du machst nämlich gleich mal den Hausaufwerben. Hausaufwerben, um Arme, äh, ähm, was habe ich jetzt gerade gelegt? Über Interessen reden oder so. Ähm, Erziehung. Können wir da hier irgendwas Schönes machen? Zu etwas zwingen. Zu etwas beeinflussen. Beeinflussen, die Hausaufgaben zu machen. Also, wir haben ja, ähm, übrigens vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Oh mein Gott, sie räumt einfach auf. Muster kennt. Ähm, wir haben ja über Valerie gesprochen und über Pläne mit Valerie. Und, geht sie mit dem Kind baden? Kleinkind überprüfen. Dann badet das Kind. Das wäre, das, das wäre genau das Problem. Ähm, Marcelo baden. Genau, also, äh, erst mal noch lieben Dank für die viele Zustimmung und noch mal wiederum auch Ideen zum Thema, äh, Storyline mit Valerie. Stopp. Oh Gott, Leute. Kommen wir heute vorwärts? Ich weiß es noch nicht. Mobbing-Zeuge. Ein paar Kinder waren in der Schule gemeint zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber wusste nicht, was ich machen sollte. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige einen Freund. Halte dich raus und tröste den Freund. Und ich würde sagen, fight for the friends always. Also, geh rein in den Kram. Äh, so, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das Feedback dazu und, ähm, dass euch die Storyline auch gut gefällt, dass wir mit ihr tatsächlich so eine Art, ähm, also nicht so eine Art, sondern eine richtige Black Widow Challenge kombiniert mit so ein bisschen Golddigger machen und sie im Prinzip jetzt im Pre-Teen- und Teen-Alter schon so ein bisschen zum Baddy machen, ja. Ähm, was nicht halt heißt, dass sie nicht gut in der Schule sein kann, weil vielleicht besinnt sie sich irgendwann später auch nochmal anders, ja. Vielleicht können wir mit ihr auch auf die Uni gehen und dann so richtig wildes Uni-Life machen und einen Professor verführen oder so. Also, wäre ja eigentlich auch, ne, ganz... Wollen wir schon wieder einen anderen Butler? Ne, Rennen. Aber lief nicht gerade noch eben die andere Butlerin hier rum oder spinne ich jetzt? Oh meine Güte, ich steig da nicht durch. Vielleicht haben die auch Schichtdienst und wechseln ab. Ich habe keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall wäre das so ein bisschen die Idee, das zu machen und ich freue mich halt mega, dass ihr auch Feuer und Flamme dafür seid und da voll Bock drauf habt, weil ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Okay, Kindchen, kannst du please deine Hausaufgaben machen? Dankeschön. Und ich entsorge hier noch die Dinge, die du so im Inventar hast. Achso, jetzt haben wir noch das Drei-Käse-Hoch-Tablet, mit dem kannst du natürlich nichts mehr anfangen. Jo. Jo, 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 Jo. Hi, 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 hi. Hi, de Witzka. Okay, sie ist gestresst, sie braucht erst mal ein Stück Torte. Liegt höchstwahrscheinlich daran, dass sie, äh, ja, äh, ich glaube, sie hat, äh, PMS oder so. Was hast du eigentlich noch alles in deinem Inventar? Oh mein Gott, müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Was ist das? Spinnenschutzmittel und eine Machete? Haben wir das aus diesem Dschungelurlaub da mitgenommen oder was? Aus den verdorbenen Flitterwochen scheinbar. Ach, Leute, Leute. Ach, sie hat auch noch eine Gitarre impf. Ich steig nicht mehr durch. Ich steig nicht mehr durch. Diana! Kazuya Sasaki und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Danke für deinen Rat. Ja, bitte gerne. Schön. Ähm. Wieso ist sie so gestresst? Ich kriege die Krise. Angela, was willst du? Ich glaube, ich habe mich in Beckham Curie verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Why not? I don't care. I don't care. Gibt es hier irgendwo Energie, Selbstsicherheit, Konzentration, Inspiration? Trink mal das. Trink das mal, bitte. Und dann kann sie hoffentlich schnell auf der Gitarre klimpern. Trink es. Trink es. Trink es. Do it. Please. Launisch und gestresst. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ja, dann, wo ist dein Mann? Ich brauche, ich muss das noch irgendwie, ich, wieso geht das eigentlich, wieso geht das eigentlich nicht raus? Wieso geht das eigentlich nicht weg, Leute? Kannst du, kannst du hier ansonsten? Sie kann gar nichts, weil sie so gestresst ist. Ich kriege die Vollkrise. Fabio, wir müssten gerade mal kurz Dinge tun. Oh Gott. Macht's bitter, Techtelmechtel, damit diese Frau entspannter wird. Oh, ja, 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 jetzt muss ich das wieder 5000 Mal anklicken, ne? Oh Gott, Leute. Okay, komm hier. Ähm, Techtelmechtel mit Fabio, do it, please. Und dann halt, schnüss. Und dann halt, schnüss. Und was macht's? Valerie, was machst du da? Äh. Und dann guckt euch das an. Es ist einfach das komplette Chaos. Valerie macht Scheiße auf den Boden, Rosie wälzt sich drin, ist dreckig des Todes und unser Saugroboter ist kaputt. Leute, I can't. Ich schwöre es euch. Ich kann nicht mehr. Und da schimmelt irgendwas. Bricht auch in diesem Let's Play wieder das Chaos aus. Ich hatte doch gedacht, ich hab hier alles ready. Okay. Und Marcelo liegt einfach wieder im Bett. Der hat einfach aufgeheben. Okay. Leute, Leute, ich kann nicht mehr. Ähm, wir brauchen hier sofort dringend Ordnung drin. Okay. Valerie, geh auf Toilette. Und dann kannst du über Spielen im Müll belehren. Sehr gut. Mach das bitte unbedingt. Dann kannst du mit dem Hund ja auch ein bisschen was interagieren. Ach. Do it. Sehr gut. Okay. Äh, lass mich in Ruhe. Was? 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 Was war das für ein Geräusch? Okay. Ich hoffe, das war jetzt nur davon, dass, dass, äh, 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 Dingens gelernt hat, nicht im Müll zu spielen. Weil sonst krieg ich die Krise. Üben. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut. All right. Who's that? Alles okay. Fabio, kannst du alles verkaufen, bitte? Und ich glaube, danach musst du den Hund baden. Weil der Hund einfach nur fürchterlich aussieht. Wie viel Uhr haben wir? Es ist 19.14 Uhr. Es geht eigentlich. Und, 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 Marcelo liegt im Bett. Ich muss den aufstehen lassen, weil sonst pennt der die ganze Nacht wieder nicht. Geh mal zu dem Tier und streichel es, Marcelo. Was brauchst denn du noch? Guck mal. Du wirst jetzt morgen Geburtstag haben. Können wir dir das Denken noch erhöhen? Kriegen wir vielleicht hin, oder? Komm. Pass auf. Äh, Fangkuchen können weg. Und danach kannst du bitte mit Sim Shape spielen. Danke. Sie mag Fitness. Meinetwegen, Girl. Meinetwegen. Und wieso schwebt der Teller in der Luft? Er schwebt in der Luft. Hat sie jetzt eigentlich? Nö, hat sie nicht. Sie hat gar nichts mehr zum Spielen. Nur der Kleine hatte hier mal eine Rutsche. Die hat noch keine Sau benutzt. Egal. Egal. Ähm. Ja. Läuft für uns. Läuft für uns. Okay. Jo ist auf jeden Fall jetzt hier sich am Vorbereiten auf den Job. Das ist sehr gut. Sie hat alle Voraussetzungen erfüllt. Das finden wir großartig. Das heißt nämlich, ähm, dass wir am nächsten Tag ganz gemütlich auf den, auf das Jugendfest fahren. Und wir müssen dann am nächsten Morgen jetzt noch einen Kuchen backen. Sollten wir aber hinkriegen. Sollten wir hinkriegen. Wir hatten Level 2. Was ist los? Gefällt dir etwa nicht, was wir da klimpern? Hallo. Ich erwarte ein bisschen mehr Begeisterung von unseren Angestellten. Ja. Wir bezahlen sie schließlich dafür, dass sie alles feiern, was wir tun. Okay. Valerie ist da draußen irgendwie am rumzappeln. Ach, ist das schön. Fabio, äh, kannst du mal noch, wobei, er kommt eigentlich klar, ne? Er kommt eigentlich klar. Geht's ihm ansonsten gut? Ja, es geht ihm, glaube ich, ansonsten hervorragend. Geil. Er hat jetzt gleich dann schon Level 3. Das, das finde ich toll. Der wird echt so ein kleiner Musterknabe, habe ich das Gefühl, ne? Ah, super. Super. Okay, Valerie, spiel mal mit der Katze. Umarmen und kennenlernen und streicheln und mit Laserpointer spielen. Supi. Fabio, was brauchst du? Du bist nur ein bisschen müd, aber ansonsten geht's dir eigentlich hervorragend, Boy. Hast du mal Bock, ein bisschen zu boxen? Bestimmt, ne? Abends um 20 Uhr, 21 Uhr macht man das doch gerne. Ach, das habe ich jetzt bei E geklickt. Boxen. Äh, alright. Wir dürfen nämlich nicht vernachlässigen, dass Fabio ja wirklich ein super sportlicher Typ ist und unsere gute Jo. Es bleibt dabei. Wir machen hier, äh, mit ihr, äh, hier auf Hausfrau. Sie wird jetzt kochen. Das kriegt sie auch nicht hin. Dankeschön. Ähm, ich muss noch mal gucken, dass ich dieses Merkmal bei ihr loswerde, weil sie hat das irgendwie immer noch. Ich habe ihr das eigentlich weggenommen, aber irgendwie so richtig gelöscht ist es nicht. Ich muss da noch mal in den Einstellungen gucken. Mh, aber jetzt ist sie wieder, wieder glücklich. Also, mal gucken, wir kriegen das irgendwie noch gelöst, Leute. Wir kriegen das irgendwie noch gelöst. Supi, guckt euch das an. Happy Family. Mensch, denen geht's absolut hervorragend. Ein Traum. Ich bin sehr, sehr stolz. Okay, Joe, kannst du bitte alle Mann zum Essen rufen? Die komplette Bagage. Dankeschön. Ja, lass uns in Ruhe. Ist uns ziemlich egal. Super. Wobei, er war jetzt kurz davor, es zu vervollständigen, ne? Lass mal gucken. Oh, es hat echt 2% gefehlt. Na, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Sehr schön. Bis auf Marcelo sitzen auch alle am Tisch, weil Marcelo kann auch nicht am Tisch sitzen. Läuft. Und hier die Ecke ist mir immer noch zu dunkel. Ohne Spaß, ich vergesse das sonst eh wieder. Ich stelle erst noch eine Lampe hin. Wir machen das zusammen. Weil sonst verjesse ich so jetzt. Ist das? Ich vergesse es einfach. Ich vergesse es einfach. Oh, die ist aber schön. Und sowas hier? Auch schön. Ist meine hier noch fein? Ja, die ist schön, weil die ist so ein bisschen so, das hätte so ein bisschen, ein bisschen schummerlich sein, ne? Muss ja nicht so intens sein. Was habt ihr noch für Swatches? Ja, haben wir so. Like it. Aber hatte ich hier nicht eigentlich auch Kerzen draufstehen? Ach, ist egal. Sind die aus? Hm, anzünden. Alle Kerzen. Hi! Guckt euch das an! Ah, wie schön! Mensch! Das funktioniert ja richtig gut. Amazing. Zuneigung ausdrücken, ne? Wir dürfen ja auch immer nicht vergessen, ne? Da muss hier alles schön immer im Lot bleiben bei den beiden. Also fürs Erste, ne? Fürs Erste. Wir gucken ja, wie sich die Beziehung entwickelt. Das wissen wir ja noch nicht wirklich. Ähm, aber, äh, momentan bin ich da echt zufrieden. Die sind, glaube ich, sehr, sehr glücklich. Also, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt tatsächlich... Oh, frag sie mal nach in den Make-Up-Ratschlägen. Das finde ich voll toll. Und ich habe den letzten Satz nicht zu Ende geführt, habe ich festgestellt. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Manchmal verliere ich einfach den Faden, Leute. Manchmal verliere ich den Faden. Joe ist müde. Das ist in Ordnung. Kriegen wir hin. Es ist eh spät genug. Heiligsblechle. Okay, pass auf. Stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp. Damit du halt weiterhin hier fröhlich bleibst, kriegst du... Du müssen die halt einfach ein bisschen häufiger ran. So, Techtelmechtel mit Fabio. Super. Sehr schön. Alrighty. Sie geht eh... Ach, braucht gar nichts mehr machen. Der Butler bringt Marcelo ins Bett. Valerie geht von alleine. Und die Spülmaschine ist kaputt. Hervorragend. Sehr schön. Hier haben wir ja zum Glück in diesem Haushalt einfach die Scheine danach zu werfen, ja. Die haben wir da. Die sind vorhanden. Kein Problem. Haben wir hier doch. Da ist noch ein Tierbettchen. Also Rosie oder aber... Wie heißt nochmal unsere Katze? Luna. Könnten hier schlafen. So. Sie heißt übrigens eigentlich London und er heißt auch London. Ich hatte ja... Ich hatte ja noch einmal auch was zu der Namenssituation gesagt. Also... Ich glaube... Ich finde eigentlich den Namen London super iconic. Ich will den auch irgendwie nicht wegnehmen. Ich weiß nicht. Ich finde den schön. Palm London. Ich glaube wir machen einen Doppelnamen. Aber nur bei ihr. Die Kids heißen einfach London und Fabio... Ja. Weil die Kids sind ja vor der Ehe geboren. Ich glaube so machen wir es. Ich glaube so machen wir es. Ja. Joe und Fabio bekommen Doppelnamen und die Kids heißen einfach weiter in London. Mhm. Finde ich gut. Okay Leute. So. Ähm. Jetzt kriegen wir hoffentlich die Nacht rum. Valerie ist wach. Okay. Sie stinkt. Dann geh halt gerne eine erfrischende Dusche nehmen und danach aber bitte wieder schlafen. Weil es ist 2 Uhr morgens. Kind. Es ist 2 Uhr morgens Fabio. Gehen sie pinkeln und danach gehen sie nochmal schlafen. Bitte. Dass sie es nicht schaffen einmal irgendwie im Bett zu bleiben. Sehr schön. Das läuft. Ähm. Joe muss auf jeden Fall wie gesagt am nächsten Morgen hier. Ach sie ist auch schon wach. Was ist denn los bei euch? Leg dich bitte wieder pennen Alde. Boah ey. Ist das anstrengend Leute. So. Ich glaube wir haben es jetzt geschafft. Ich glaube wir haben es geschafft. Danach kann sie am nächsten Morgen aufräumen und dann eine Torte machen. Die wir mitnehmen. Ähm. Nimm 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 nimm. Eine weiße Torte. Eine Schokotorte. Matcha Tee Kuchen ist jetzt nicht was für Kinder. Aber es ist ja Winter. Wir können eine Winterkuchen machen. So. Ist das Streichetag? Okay. I don't care. Wir werden jetzt auf jeden Fall am nächsten Tag. Was hat sie da jetzt? Something's very wrong with the nethers. Sind wir hier in Minecraft oder was? Ne. Achso. Das stinkige Zeug. Da kriegst du nicht weg. Oh Mann ey. So. Jetzt aber. Jetzt müsstest du es wegkriegen. Aber jetzt macht sie erstmal eine Torte. Eine Torte bitte zum Mitnehmen. Und ich verkaufe mal hier diesen Scheiß. Weil die Machete brauchen wir nicht. Und dieses komische Insektenzeug. Da brauchen wir auch nicht. Jawohl. Wir wissen, dass der kleine Geburtstag hat. Das ist uns bekannt. Deswegen backt Muddy auch in der Halle. Ja Gott, früher am Sonntag. Torne Bailey. Wenn das so ist, wenn man auf Drogen ist, dann melde mich an. Weißt du, was Drogen sind? Und ist der Torne der Jute nicht der Weltstar? Aber sicher wissen wir Bescheid, Torne. Bist du jetzt unser neuer Freund? Ähm. Kannst du da gleich noch die Geburtstagskerzen? Schnell. Die Geburtstagskerzen. Schnell. 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 Geburtstagskerzen. Schnell. 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 Sehr gut. Okay. Ab ins Inventar damit. Jetzt päppeln wir alle einmal auf. Du einmal pieseln und lass mich in Ruhe. Ähm. Fabio hat nur ein bisschen Hunger. Das heißt, er kann sich ein paar Reste nehmen. Valerie hat auch ein bisschen Hunger. Sie nimmt sich bitte ebenfalls mal Reste. Und unser kleiner Boy. Der kriegt zwar dann auch Kuchen, aber wir... Warum geht das nie? Ich will nie. Danke. Nimmt sich auch bitte hier ein Gericht. Und danach muss der leider schon wieder gebadet werden. Wobei ich überlege, ich lass den einfach stinkig. Ähm. Nehme ihn einfach stinkig mit. Ist da. Schätzchen. Bist du draußen? Ist dir nicht ein bisschen kalt, Girl? Und wieso? Du warst nicht fertig duschen, ne? So. Okay. Hier noch ein Gericht nehmen. Alles klar. So. Wann fängt das an? 10.30 Uhr. Super. Okay. Ähm. Wer klingelt da schon wieder durch? Ich werde dich sicher vermissen, wenn du weg bist. Werde ich dir fehlen? Ja. Wir sind höflich. Ich hab absolut keine Ahnung, wer du bist, aber wir sind höflich. Nimm da mal bitte ihr Gericht. So. Und der Kleine muss gebadet werden. Like every day. Ähm. Marcelo baden, bitte. Supi. Ich glaub danach. Hammers. Jawohl. Hier geht's auch super. Ach, Leute. Das wird. Das wird. Wir können den Ausflug machen. Ich hab nicht ne Benachrichtigung. Kommt da nicht normalerweise in der Binde? Ah ja, da ist die Benachrichtigung. Läuft. Okay. Wenn der Kleine jetzt so weit es geht, der ist sauber. Perfekt. Alright. Joe. Auf, wie geht's? Festival-Info. Jugendfest besuchen. Und zwar. Erstmal mit der Janse Family. Die Tiere lassen wir hier. Und dann mit. Mit, 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 mit. Mit. Wieso kann ich Alaska? Da ist Alaska. Und wo ist Gina? Wo ist Gina? Ich suche sie mal gerade. Es ist einfach ein absolutes Mysterium, dass dieser Blödsinn nicht funktioniert. Ich kann dieses Kind nicht auswählen. Es geht mir so auf den Keks. Es geht mir so auf den Keks. Dann müssen wir sie, ähm, einfach so gleich noch einladen. Yo. Auf geht's, Leute. Wir kriegen das hin. So, ich brauch einen Schluck Wasser. Ich merke, ich red mir schon wieder hier den Mund frusselig und hab noch nix gedrohen, Körser. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich hoffe, wir können jetzt gleich die Torte da irgendwo hinstellen. Müsste aber gehen. Und ansonsten ist das ja hier auch gar kein Problem. Fabio hat einfach mal kurz ein Jet klar gemacht für alle Mann. Wieso ist Joe alleine? Ich lieb es. Hier hinbringen. Äh. Hier hinbringen. Hier hinbringen. Und dann bitte, 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 bitte. LASK. Einladen. Wo ist Gina? Wo ist Gina? Okay, kann sie? Gina? Einladen. Oh mein Gott. Alright. So, das Jugendfest ist irgendwo hier drüben. Jawohl, ist es. So. Ähm. Hast du? Äh. Gina wird gleich da sein. Supi. Okay, warte. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Können wir bitte jetzt alle noch in eine Gruppe machen? Es ist nur ein ganz kleines bisschen kompliziert, Leute. Aber, wir kriegen alles hin. Hinzufügen. Hinzufügen. Okay. Jetzt warten wir gleich noch auf alle anderen. Jetzt setzen wir uns. Können wir zusammen hier hingehen erstmal. Sehr schön. Supi. Bitte alle hier hin wackeln. Toll. So, dann kann nämlich die Kleine gerne ein Fahrzeug malen. Und. Oh Gott, Joes Geburtstag. Hat sie auch heute Geburtstag? Bitte, Spiel sagt mir nicht. Hat sie heute Geburtstag? Oh, die hat heute auch Geburtstag. Äh. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Lassen wir sie beide altern. Und feiern dann Joes Geburtstag. Wie man das halt unter Erwachsenen macht. Einfach am nächsten Freitag oder Samstag im Game. Mit einer wilden Party nach. Ja, oder? Weil sie ist ja jetzt trotzdem halt so eher die Familienmoodie, ne? Ja, wir machen das so. Ich hoffe, ihr seid einverstanden. Dann wird das jetzt für Jo natürlich ein super unspektakulärer Geburtstag. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Wenn man halt erwachsen wird, dann, äh. Ja. Dann ist das halt so meistens, dass man eher klein mit der Familie feiert. Und dann mit der Freunde nochmal separat, ne? Also ich kenne das auf jeden Fall nicht schon anders. So, dann geht bitte nochmal alles zusammen hier hin. Und dann brauchen wir von Jo den Geburtstags. Scheiße. Ich kann ihn natürlich nicht da hinstellen, ne? Irgendwie habe ich es geahnt. Kann ich ihn da hinstellen? Nee. Kann ich ihn da hinstellen? Nee. Shitty. Shitty, shitty, shizzle. Schade. Äh, kann ich den hier irgendwo hinstellen? Oh, da kann ich ihn hinstellen. Okay. Okay, 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 okay. Alle zusammen da hin, bitte. Jetzt schicke ich die alle von links nach rechts. I love it. I love it. Okay. Alle bitte hier hin. Alle bitte hier hin. Okay. Dann bitte. Wieso kann er nicht die Kerzen auspusten? Pusten. Okay. Und wieso ist das jetzt plötzlich wieder verschwunden? Toll. Ah, komm. Bisschen im Altern lassen. Nee, toll. Hä? Ich lass ihn erstmal bis hierhin watscheln. Vielleicht, weil er noch nicht im Reichweite der Torte ist? Geht nicht. Geht nicht. Okay. Ist da was? Dann machen wir es erstmal so. Äh, Kerzen auspusten. Lass ihn erstmal Joe feiern. Erstmal Joe. Dieser Typ crasht einfach im Hintergrund. Herrlichst. Okay. Super. Ah, schön. Erwachsensein, Träume verwirklichen, die Planung des Ruhestands und die Midlife-Crisis warten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit zu beginnen, auf lebenslange Ziele hinzuarbeiten. Also ich will ja nichts sagen, aber dieses Girl, ne, hat auf jeden Fall schon richtig, richtig viel ihrer Ziele erreicht. Kannst du da bitte jetzt nochmal, äh, Dingens draufpacken? Kerzen, danke. Können wir jetzt eine Portion für Marcelo nehmen? Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, liegt es daran, weil wir nicht zu Hause sind? Aber das ist doch Quatsch, oder? Doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Eine Portion für Marcelo nehmen, geht das? Halt, Schnüss. Kann ich die Kerzen, Kerzen entfernen? Entfernen mal die Kerzen wieder, danke. Okay, ähm, zusammen ein Stück nehmen. Kommt's bitte alle hier hin? Wo ist der Rest der Bagage? Wo sind die alle? Die Kids. Guck, ist da hinten, wie die angewandelt kommen? Oh mein Gott. Die kleinen Kinder haben aber auch richtig Stress, ey. Die haben aber auch richtig Stress. Okay, also ich weiß nicht warum, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ähm, zur Tagespflege gehen? Hä? Also ich, ich weiß nicht. Ich lass ihn jetzt hier anwackeln, an dackeln, wackeln. Und dann, ähm, werden wir das einfach, ähm, so machen. Ähm, dass ich ihn jetzt hier so einfach altern lasse. Ja. Ähm. Ach, es ist immer so unspektakulär. Ich mag das nicht, ne? Ich mag das nicht. Das ist so schade. Oder wir warten einfach, bis er dann jetzt gleich am Abend von alleine altert. Das ist natürlich auch eine Option. Okay, gut. Äh, Kindchen, äh, du gehst schon mal auf Toilette? Sehr gut. Wir wollten uns ja eigentlich um dich kümmern. Wir sind ja auch zum Jugendfest eigentlich wegen dir hier. So. Ähm, möchtest du mal noch hier ein bisschen was machen? Und zwar vielleicht mit dem Jamachan ein Selfie machen. Und den Berg tanzen. Und, äh, nach einer Kapsel fragen. Boah. Weil eigentlich ist es ja auch für dich so ein bisschen gewesen. Beziehungsweise für den Kleinen hier. Den Berg tanzen. Okay, der ist, oh mein Gott, das geht ihnen so schlecht. Aber es ist egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Geil. Und sie stehen hier so, okay, lass mal einen Drink haben. Ähm, aber gar keine schlechte Idee. Bestell doch mal Getränke für die Gruppe. Und zwar einfach hier so ein Sauvignon Blanc. Ähm, weil da können wir ja wenigstens auf Joes Geburtstag hier ein bisschen anstoßen. Gell? Ja. Achso, und sie liebt den Streichetag. Pass auf. Dann kannst du doch mal, äh, hier mit diesen fremden Menschen einfach einen Streich machen oder so. Stell dich mal lustig vor. Komm, stell dich mal lustig vor. Oder mach mal irgendeinen Joke, irgendwas mit deiner Mutter. Äh, Unfug. Oh, wer ist denn das? Entertainerin, wow. Okay, äh, dann nehmt euch mal die Drinks. Trinken? Äh, trinken. So, sehr schön. Da haben die wenigstens mal einen Drink. Finde ich ganz nett, ne? Finde ich toll. Finde ich toll. Äh, ist doch schön. Ja, ganz ehrlich. Besser wie nix. Mal ganz ehrlich. Tschüss. Okay, Joe scheint das nicht so geil gefunden zu haben. Aber sie ist halt, ah, das ist halt, weil sie die ganze Zeit so gestresst ist, ne? Ach, ist das ätzend. Ja, guckt euch diesen Gesichtsausdruck auch die ganze Zeit an, ne? Boah, das ist echt, echt richtig heftig anstrengend. Wir müssen das auf jeden Fall irgendwie noch versuchen, dann hinzukriegen. Okay, sie fand es lustig. Sie fand es eigentlich ganz lustig. Okay, perfekt. Dann mach das mal, was ist das für ein Fleck zurück? Verschwörungstheorien mitteilen, ist doch super. Guck mal, ist saure Träumchen. Fabio, checkt mal schnell die Finanzen. Ob die Reise jetzt das komplette Haushaltsbudget gesprengt hat oder alles in Ordnung ist. Achso, wollten wir nicht auch Gina alt? Ich hab schon wieder alles vergessen. Ich hab schon wieder alles vergessen. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ist Gina noch da? Ne, Gina ist schon weg. War ja irgendwie, klar. Ist egal, dann machen wir das irgendwie, mach ich das dann mal off-cam oder so. Aber Alaska ist noch da. Das ist ja schön. Guck mal. Kannst du mit ihr noch irgendwas Lustiges machen? Bestimmt, ne? Erschreck sie mal. Oh, ich lieb's. Oh, sie sagt bestimmt so, meine kleine süße Valerie. Alles Gute. Ne, sie hatte doch erst Geburtstag. Nachträglich zum Geburtstag. Nein, für meine beste Freundin. Für meine beste Freundin Jo. Alles Gute zum Geburtstag. Du bist einfach die Beste. Du bist einfach die Beste. Ever and ever. Aber, ähm, ich komm schon ganz schön durcheinander hier bei den ganzen Geburtstagen, Leute. Boah, I can't, ne? Also, ähm, wir werden auf jeden Fall jetzt gleich noch schnell wieder nach Hause. Und dann tatsächlich einfach die kleine Valerie und den Marcelo dann noch umstylen. Der altert dann irgendwie zu Hause oder so. Wo ist er eigentlich? Super dreckig. Okay, wisst ihr, was kommt? Wir brechen jetzt ab an der Stelle. Wir fahren heim, ja? Es war so mehr oder weniger ganz nett. Ähm, aber warum ich das jetzt irgendwie nicht ging mit Marcelo, I don't know, ist nicht so schlimm. Äh, ja. Ab nach Hause. Und, äh, dann müsst ihr ja jetzt eigentlich irgendwann gleich von alleine altern. Oder ich mach's halt super und spektakulär im Kass. Ist natürlich mega bitter, aber weiß sie nix, ne? Sehr schön. Und da sind sie alle wieder zu Huss. Äh, er ist immer noch ein Kind, also wir könnten, äh, Kleinkind. Wir könnten natürlich jetzt mal noch zu guter Letzt, ähm, ich gehe mal schnell pieseln. Nochmal einen Kuchen backen und gucken, ob es irgendwie da, oder geht es, ne, doch, dann wäre es ja für Joe auch nicht gegangen, wenn es auf den Winterkuchen nicht geht. Das macht ja keinen Sinn, Sarah. Das macht keinen Sinn. Äh, okay. Okay, was braucht ihr? Hier geht's eigentlich auch voll super. Hier geht's auch voll super. Ähm, ne, da ist alles in Ordnung. Und Marcelo ist halt nur hundsmüde. So. Aber wenn der ja jetzt dann gleich gealtert ist, äh, Fabio ist schon im Bett, ist in Ordnung für mich. Ähm, ja, dann machen wir das einfach so. Ach so, sie spielt. Ah, Marcelo wird gerade ins Bett gebracht. Okay, kein Problem. Ich will nur kurz gucken, ob das einfach noch so funktioniert, weil das wäre irgendwie schöner. Ja, gell, dann lasse ich Fabio nochmal aufstehen. Und, perfekt, hat sie gemacht. Dann einmal Geburtstagskerzen. Ja, helfen Kerzen auszublasen. Okay. Dann hat das irgendwie aus anderen Gründen nicht funktioniert. Auf dem Grundstück. Keine Ahnung. So, kannst du das tun? Valerie, Schatz. Schätze, kommen sie nochmal kurz her. Ne, dein Bruder hat noch Geburtstag. Dein Bruder hat Geburtstag. Wo rennt der hin zum Altern? Wo rennt der hin zum Altern? Ist gerade unser Butler noch gealtert? Oh mein Gott, der arme Kerl. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Okay, also. Zufälliges Merkmal. Musikliebhaber. Okay, das finde ich cool. Aber ich war jetzt gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich ihm halt die Motorikfähigkeit eigentlich gebe. Weil er ja da auch viele Punkte hat. Da kann er ja sportlich kreativ werden. Irgendwie so. Irgendwie so, Leute. Okay, es ist mitten in der Nacht. Das ist ja aber vollkommen egal. Wir werden jetzt in den... Warte, das. Glaub ich es irgendwann in meinem Leben mal schaffe, die Steuerung anzupassen. So, wir gehen jetzt in den Kass und stylen die beiden Kids noch um. Dann hat sich das eigentlich eh doppelt und dreifach gelohnt, dass ich noch bis zum Ende des Parts gewartet habe mit dem Umstyling. Dann können wir das nämlich für beide direkt machen. Viel besser. Viel, viel besser. So, da ist unser Süßer. Ich habe jetzt gerade erst mal schon die Namen noch von Joe und Fabio angepasst. Und ja, jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich mache allerdings am besten, glaube ich, eine Zeitraffer hier an der Stelle. Und dann, ja, seile ich die zwei hübschen mal um. Und dann, ja, seile ich die zwei hübschen mal um. So, liebe Leute, das hier sind jetzt unsere beiden Kids. Valerie ist natürlich schon so ein bisschen schicker geworden, so ein bisschen girlier, aber auch schon so ein bisschen erwachsener. Ich finde den Style halt richtig cool, gefällt mir mega gut. Klar, Sport und Schlafklamotten ist immer halt so ein bisschen basic, ja. Aber auch das hier, oh mein Gott, ich liebe es. Ich brauche tatsächlich noch mehr so, das war mein Hund, Klamotten, so Markenklamotten für Kinder. Habe ich gar nicht so viele, habe ich festgestellt. Und auch Badeanzüge irgendwie, ja. Bei dem hier bin ich mir auch irgendwie nicht so richtig sicher, ne. So geil ist der Look nicht. Ich finde hier noch irgendwas Geileres. Das da ist auch 10.000 mal süßer, ne. Ja, also spontan umentschieden hier. Das ist mega, also viel, viel süßer. Dann kriegt sie hier die Schuhe einfach in so ein Gelbes. Wie geiler. Okay, und das ist dann so ihr Winteroutfit. Das ist ein bisschen unspektakulärer, aber passt auch für mich. Und dann haben wir hier unseren süßesten Marcelo. Der halt so der sportlich-kreative Kopf ist. Also ich habe ihm jetzt auch so lange Haare gegeben, weil irgendwie, finde ich, passt es halt voll gut zu ihm. Und sein Vater hat ja auch so ein bisschen längere Haare. Genau, das sind jetzt so seine Outfits, Badekleidung für die Jungs. Habe ich tatsächlich ein bisschen mehr, so Marken-Stuff ist mir aufgefallen. Also ich muss definitiv dringend, voll süß, Custom-Content-Shoppen gehen. Also das hier ist so sein Alltagsoutfit, halt super lässig, locker und so weiter. Ich hoffe, die zwei gefallen euch und das Umstyling passt für euch. Und sobald Valerie ja dann beim Pre-Teen, werden wir es wahrscheinlich noch nicht machen, aber sobald sie zum Teen wird, dann werden wir auch ein bisschen in die Vollen greifen. Dann gehen wir auch schon ein bisschen sexier, weil ich ja durch den Wicked Whims auch schon viele Einstellungen vornehmen kann. Dass ich zum Beispiel schon als Teenager auch romantische Beziehungen richtig aufbauen kann zu älteren Sims. Oh, herrlich. Ich freue mich irgendwie voll auf die Staffel 2, Leute. Oh, das ist so krass. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt bleibt mir hier noch nachts um drei als letzte Abendshandlung alle Mann in die Kiste zu schicken. Und zwar nicht in den Sarg, sondern ins Bett. Und also ja, stimmt, jetzt braucht Marcelo natürlich auch schon ein normales Bett. Das packen wir schnell gerade noch hier hin. Er kriegt dann jetzt aber ein normales Bett erstmal. Und dann werde ich dann im, ich weiß noch nicht, ob wir jetzt dann im nächsten Part oder wie auch immer, werden wir das dann so machen. Ach, das kann man jetzt gar nicht. Okay, Leute. Ich stelle das einfach hin. Und dann wird das irgendwie passen bis zum nächsten Part. Und dann werden wir da auch auf jeden Fall halt noch ein bisschen umbauen. Sodass er dann auch sein eigenes Zimmer dann jetzt bekommt. Jawohl. Richtig ärztlich hier so grün. Ist für mich okay. Bis zum nächsten Part können wir das so überleben. So, alle Mann ins Bett. Du auch noch. Du gehst immer auf Toilette und dann auch ins Bett. Und ciao. Ab dafür. Ach, auf erst ein Schnee reagieren. Wie süß. Nun gut. Das haben wir geschafft. Hervorragend. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Schreibt mir also super gerne was Nettes in die Kommentare, wie euch vor allem die beiden gefallen. Und dann werden wir im nächsten Part, denke ich, erstmal den Schauspieljob mit Joe machen. Und im übernächsten Part dann wahrscheinlich ihren Geburtstag nachfeiern. Sozusagen mit einer wilden Party. Ja. So, mal gucken. Vielleicht nehmen wir da Valerie dann auch schon mal mit. So nach dem Motto, dass die Mädels irgendwie Party unter sich machen oder so. Und dann lernt sie schon mal so die Girls aus der Szene kennen. Mal schauen. Vielleicht machen wir das irgendwie. Und ja. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch Spaß gemacht. Geht dem Video super gerne ein Dörbchen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.